So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von mir. Ja, wir haben es jetzt heute den 14. Juli, den Montag und wie schon in einem Pokémon-Video erwähnt, werde ich morgen am 15. abfliegen, beziehungsweise ich habe es hier glaube ich auch schon erwähnt, heißt für knapp drei Wochen keine Videos. Also ich komme am 31. Juli wieder nach Hause, werde ich aber ziemlich fertig sein vom Flug und alles, habe ich keinen Bock dann noch was aufzunehmen. 1. August ist Nationalfeiertag, da werde ich wahrscheinlich auch nichts aufnehmen, zudem haben wir Besuch, heißt frühestens ab Samstag, Sonntag könnt ihr wieder mit Videos rechnen. Allerdings geht davon aus, dass Montag, 4. August das erste Video wieder kommt, weil ich brauche auch noch ein bisschen Zeit, um zu rendern, hochzuladen, etc. Ja, das soll jetzt einfach ein kleines Infovideo sein, wo ich euch darüber informiere, dass ich weg bin. Und ja, mehr gibt es eigentlich auch nichts zu sagen. Morgen kommt noch ein Pokémon-Video, das ich jetzt dann gleich aufnehmen werde, einfach weil ich Bock drauf habe, aber dann ist es dann auch fertig. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wunderschöne Ferien, genießt sie, wenn ihr auch Ferien habt. Ich denke, größtenteils Deutschland hat jetzt auch Ferien. Wenn ihr wegfahrt, gutes Wetter, wünsche ich euch viel Spaß und ja, wie immer, haut rein rein. In diesem Sinne, bis in knapp drei Wochen, oder gut drei Wochen, nein, knapp drei Wochen. Bis in knapp drei Wochen, euer Manuel, haut rein, bis denne, au revoir.